Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Medienberichten zufolge will Merkel einen Teil-Lockdown ab kommenden Mittwoch vorschlagen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die heutige Konferenz vor, die unter anderem der Deutschen Presseagentur vorliegt. Demnach drängt die Bundesregierung auf strenge Kontaktbeschränkungen im November, auch sollen Gastronomiebetriebe geschlossen werden. Außerdem sei geplant, dass Übernachtungen für touristische Zwecke in Hotels nicht mehr erlaubt sind. Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen geschlossen werden, etwa Schwimmbäder und Fitnessstudios, auch Theater und Kinos. Schulen und Kindergärten wolle der Bund aber offen halten. Das Ziel sei, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen erforderlich sind. Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Medienberichten zufolge will Merkel einen Teil-Lockdown ab kommenden Mittwoch vorschlagen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die heutige Konferenz vor, die unter anderem der Deutschen Presseagentur vorliegt. Demnach drängt die Bundesregierung auf strenge Kontaktbeschränkungen im November, auch sollen Gastronomiebetriebe geschlossen werden. Außerdem sei geplant, dass Übernachtungen für touristische Zwecke in Hotels nicht mehr erlaubt sind. Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen geschlossen werden, etwa Schwimmbäder und Fitnessstudios, auch Theater und Kinos. Schulen und Kindergärten wolle der Bund aber offen halten. Das Ziel sei, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen erforderlich sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017